Sie scheinen mich ja gut zu kennen. Ich habe Ihre gelesen, insbesondere die Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Ich habe noch nie etwas gelesen, das so präzise und so einnimmend gewesen wäre. Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Ein Genie. Sie haben eine Kenntnis der Arbeiterwelt, wie ich sie noch nirgends gesehen habe. Manchester, die Elendsbausel und die Manufaktur. Sie kennen sowohl die ärmsten der Armen als auch die einflussreichsten Kreise der Generation wie ihre Westentasche. Ich entschuldige meine Franchise. Ich habe kein Wort. Es ist colossal. Es war ich weiß, dass für mich macht. Wer von der Zeit bes WOW das ist mit einem lwarden Armen. Ich habe mir daraufens mehr oft ver releasing, dass es vielleicht was in der Schule gemacht hat. Darüren, den Vorweisen, der Body zu. Ich habehelp contrach den Verständnis oder von der Nähe dazu Cooking. Wir sehen, was h dysk guztetze.